Das war blaue Ecke. Ein, zwei und eins. Ach so, da sind die zwei. Auf! Ein, zwei, drei. Ja! Ja! Die, die, die. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Korn! Abo! Derische Pane! Korn! Korn! Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Vielen Dank. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Kurs, der Kurs, der Kurs, der Kurs, der Kurs. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und für das Urteil Sieger nach Punkten und Westfalenmeister 2016, Rote Ecke, Juli Pérez. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.